Und da fliegt das Vögelchen, und da fliegt das Vögelchen, und da fliegt das Vögelchen. So, ja, tut mir leid, wir haben gerade unterbrochen, weil so ging das gerade überhaupt nicht, wie es bei mir lief. Und ich habe, was ich wollte. Silk Touch. Richtig. Riech das Glas bitte wieder. Ich habe bei mir jetzt gewechselt, habe jetzt mal die Renderdistanz auf normal runtergestellt, weil ich weiß nicht, was kaputt ist, aber auf jeden Fall geht das so nicht. Jetzt habe ich wenigstens, ja, während zwischen 20 und 30. Und ich fange mal an, hier hinten zu erweitern. Ja, mach mal. Frei zu buddeln. So, jetzt kriege ich nicht viel damit ausjagen. Weil mein Labor muss ja auch noch irgendwo hin. Haben wir hier irgendwo eine Höhle? Moment mal, wir haben doch vor uns im Haus. Schlucht. Haus-Schlucht, Schlucht-Haus. Hui. Nein. Es geht genau eins nicht auf. Hey, wieso kriegt das denn jetzt letzten Endes doch Streifen? Nee, das kranke ich nicht. Also das muss ich ja überhaupt treffen. Noch mal weg machen. Wo war denn hier eigentlich die Schlucht? Ich bin hier irgendwie falsch. Die Schlucht war unterm Haus. Also unter der Miene. Ich hab's, hab's dir gefunden. Hup. Bring. Da hast du viel damit aus. Wo ich wieder alles abreiße? Toll, jetzt habe ich zu wenig. Kiste, nein. Einfach nein. Kiste. Nein. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Komm, Fledy, komm. Wo ist die Kiste? Huch. Äh. Fremdruck? Weiß nicht. Feli? Also ich sehe sie auf jeden Fall noch auf der Karte. Hä? Ist sie? Ist du? Na gut, dann schmeiß ich doch mal was hin. Äh. Ah, da ist sie. Haha, hab dich. Die 3D-Mod ist irgendwie immer noch aktiv bei mir, wo ich sie eigentlich rausgeschmissen hab. Äh? Kann sein, dieses Server seit ich noch. Aber das macht gar keinen Sinn. Nein, nein. Bei mir ist es nicht aktiviert mehr, oder? Ach, nee, das ist, ich glaube, ich weiß, was es ist. Jetzt, Fled, was kommt her? Du bist wie... Jetzt... Jetzt bleib halt da. Ach, ist die schnell. Hallo? Ne, ich... Die ist ja halt immer im Haar nicht treffen. Moment, Fledy. Jetzt sind wir schon zwei. Auch da liegt genau ein Stück. Der Nightglass. Na, das reicht noch... Reicht noch nicht. Komm schon, Fledy. Uh. Aber nee, das kriegt ja auch wieder so eine Striche. Wo ist es denn? Nein! Fledy verbrennt! Dammit. Ah. Neh ich das andere. Wenn nicht du, dann halt wir anders. Genau. So. Jetzt wird er weg. Du kriegst ja auch so Striche. Was soll denn denn, Mist? Haben wir... Wir hatten ja einen Vulkan hier irgendwo, ne? Ja. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Hinterm Ender-Portal quasi. Ender-Portal? Nein! Ender-Portal? Ich meinte nicht der Portal. What the fuck? Jetzt bleib halt da, du blödes Viech. Bin ich schon voll? Ne, kann auch nicht sein. Kiste! Komm her! Warte mal, da drin liegt noch eins. Äh. Ähm. Warte mal. Ich muss mal hier kurz... Ich stelle es mal auf. Fast. So. Geh mal kurz Material holen. Uh. Wo ist denn das Viech hin? Sie, der Frieden muss nicht mehr. Ich höre sie. Kaden hört Dinge. Da ist ihm. Ja, jetzt bleib doch hier. Ähm. Hm? Da. Ne. Doch. Nein. Hä? Nein, doch. Oh. Erstmal ein Snickers. Da ist er. Hä? Ich hab was gegessen. Hä? Jetzt hier bleibt da. Ja, 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 bleibt da. Jetzt hab ich sie getötet. Na toll. Nein. Ja, die kriegen manchmal Schaden. Ist aber random. Ich versuch mal was. Tja. Boppel, boppel. Die Haut ist wertvoller. Ah, das Quarz. Äh, bbbbom. Wo muss ich noch ein Baustach? Ja. 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 Da ist der Wokan. Dong. Lava, ich komme. Aha. Wir haben einen Eter. Ich will eigentlich nur den Stein haben. So. Was soll ich denn hier mal? Äh, äh. Hat Zeit. Warum? Für mein Labor. Ist der mit Dark Inside? Kann ja aus Kohle und Kobbel auch einen schwarzen Stein zaubern. Magic. Ja. Na, Karte. Kohle ist teuer. Du kannst dir auch Stein gießen. Sealed Stone. Ist dann auch so dunkel? Ja. Der ist so dunkel wie, äh, der, na, der Tinkersofen da draußen. Der gleiche Stein halt. Hm. Achso, Kobbel soll übergießen. Ja. Ne, nicht übergießen. Der Kobbel wird zu diesem Stein. Behe ich das doch glatt mal aus. Also, ich, äh, ich... Weil ich mache dann mein magisches Labor so wie, wie, äh, auf der privaten Welt. Wie Kohlrabi? 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 Was bitte? Eifische in der Gruppe. Verdammt, ich kann ja nicht mehr fliegen. Ah. Oh, hier unten hätten wir auch noch Fenster. Oh, das ändern wir, glaube ich, dass du nicht mehr fliegen kannst. Ich kann ja nicht fliegen. Was willst du denn da noch ändern? Oh, 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 oh. Ja, dass du wieder fliegen kannst. Demnächst. Oder so. Das ist ein Speicherfall. Ja, wir haben immer Speicherprobleme. Im letzten Let's Play, in diesem... Never-Ending-Story. Nehmen wir Project Red. Ich brauche nur, scheiße, viel Kloster dafür. Oh, fliegen gehen. Oh, ich liebe dieses Lied. Hm. KST Beats, meine Damen und Herren. Äh, die Do. Da auch gerade was? Ja. Beziehungsweise läuft schon ein Waldschirm. End again, end again, end again. Nein, not usable. Das muss ich da noch rausschmeißen. Alles in der Videobeschreibung lesbar. Ich glaube, ich füge demnächst noch was Neues hinzu. Mal schauen. Tell me more. Durch dich bin ich drauf gekommen. KST Beats. Ne, Beatery. Richtig. Aber nicht alles. Also, da gefällt mir auch nicht alles. Ey, Carden hat auch mal Feuerwehr. Cool. Der Tüter-Tar. Hatten wir letztens auch schon. Ähm. Ähm. Psst. Wow. Großeinsatz. Fenster zu. So. Hört man ihn so, wie er plötzlich aufsteht, zum Fenster geht. Könnt ihr nicht ruhig sein da draußen? Ich muss hier aufnehmen. Hätte ich am liebsten gestern auch gebrüllt. Ich will starf, schlafen. Ich will starke Schwertkämpfe aufnehmen. Das Haus brennt auch noch, wenn ihr fünf Minuten wartet. Wahrscheinlich, ja. Ne, weißt du, da geht jetzt einfach ein anderer hin und löscht es. Hm. Du bist nicht hilfreich. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Take this. Take this. Den Schlauch. Heh. Hier kann was spawnen. Aha. Mhm. Problem. Unten. Nein. So. Jetzt nicht mehr. Hm. Trial. Hm. Trial. Mhm. Hm. Irgendjemand ist da oben sehr beschäftigt. Drüben ist ja nicht so dunkel. Du bist, oder? Dinge. Blocks. Willst du? Hm? Büschchen aufstellen. Ja, ich seh's. Warum? Weil ich's kann. Was sind das für welche? Glooberry. What the fuck? Wir brauchen doch nicht so viel Blut. Doch, das sind meine. Lass mich. Glocks hat jetzt auch Büsche. Ja, ich hab jetzt auch einen Busch. Da, 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 da. Binnie! Hä? Taschenfertig, da auch. Moment mal. Was ist so? Äh. Wieso ist meine Karte schon wieder? Strom weg? Ah, jetzt ist das System wieder da. Wieso sehe ich aus meiner Karte schon wieder nichts? Oh. Strom alle. Ja klar. Ich hatte doch gesagt, das ist nur für den Anfang. Wir brauchen erstmal eine Farmlogs und keine Büsche. Wir brauchen Golems. Äh. Ich brauch ja ewig, bis es schmilzt. Ja. Braucht natürlich länger, je mehr da drin ist. Wir brauchen eine Farm, sagst du? Unsere kleine Farm. Na, es darf schon ein bisschen größer sein. Hab ich mir letztens angeguckt? Nee, oder? Doch. War die Folge, wo die, wo die beiden Nitroglycerin transportieren mussten. Ja, der, der eine Hauptdarsteller und sein, und sein Freund da. Stimmt, der Boden. Wollen wir es wirklich so machen, wie vorgeschlagen wurde? Was wurde denn vorgeschlagen? Äh, links. Also diese Seite hier. Ach so, die Seite hier? Ich finde das eigentlich too much. Ich wollte das vielleicht nochmal ganz abändern. Dezenter. Mach doch, mach doch nochmal hier hinten noch so ein, noch ein Ding zum Vorschlagen, also zum Abstimmen. Noch ein Ding zum Vorschlagen, das mache ich. Noch ein Abstimmungsding. Noch so ein Abstimmungsding. Na klar, kann ich. Warte, warte. Ach so, ich muss ja hier rein. Zapp, zapp. Das will ich haben. Kurz. Und zwar... Gib mir den Schuss. Alles wackelt. Zote, wo bist du? Oh, wie süß. Sucht doch schon mal nach oben. Ich fliege. Warte. Gib. Vergib. Ist unten. Hier ist noch ein Zentrifugen. Ich kann aber schnell holen, wenn du willst. Ah ne, du kannst schon. Hier sind rote Kreuze. Daraus ist es ein Creeper. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Ja, more hearts. Also brauchen wir einen Kürbis. Stimmt. Haben wir schon Kürbisse? Ich habe letztens keinen gefunden, aber ich will auch nicht wirklich intensiv suchen. Dann fliege ich mal ein bisschen rum. What the fuck. Waypoint. Suche Kürbisse. Ich habe einen Waypoint. Gut. Ah, roter Schleim. Neunie. Wow, halt stopp. Ich habe gerade voll einen Denk-Denk-Denk-Fehler. Denk-Denk-Denk-Fehler? Denk-Denk-Denk-Fehler. Haben wir eigentlich mal wieder Themen, über die wir reden können? Themen, über die wir reden können? Es war die E3. Es war die E3? Es war die E3. Hat du angeschaut? Ähm, nicht wirklich. Also. Hm. Nö. Okay. Ich habe am Montagnacht wirklich die... Huch, warum liegt die Holz rum? Warum hast du eine Maske auf? Nein. Dann, äh, egal. Das sage ich jetzt nicht den Letten, die die nächsten setzen. Stimmt, weil das was hiermit. Äh. Nein, ich bin mir leichter das Konzept geraten. Ach. Du bloß. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Ich ja überhaupt nicht. Ich bin mir erinnert, sei ich dabei. Nö, habe ich nicht. Äh, was soll ich sagen? Genau, ich habe am Montag, also vom Montag auf Dienstagnacht, habe ich mir sogar zwei oder drei der PKs angeschaut, also der Pressekonferenzen. Auf die Sony hatte ich dann doch keine Lust mehr, das war ja dann um vier Uhr in der Früh. Welche hast du gesehen? Ein Buch? Äh, Microsoft auf den Anfang nicht. Ähm, was hat man dann noch? Die, die EA-Pressekonferenz und was kommt danach? Die Ubisoft. Ja, ich habe eine Xbox. Ähm, nein, ich habe Halo, oh Gott, warte mal, wo habe ich ein Halo gespielt? Auf dem PC? Halo auf dem PC? Stimmt, da irgendeins gab es auf, irgendein Teil gab es auf dem PC. Ja, ich glaube, ich habe das sogar noch hier. Okay. Oh mein Gott. Electrical Steel? Egal, ich nehme mal mit. Ich habe, also ich habe zwar eine Xbox, aber ich habe kein Halo. Kein Halo? Kein Halo. Eher Tschüss oder wie? Ach, cool. Oh, gibt es hier, gibt es hier, gibt es hier, warte. Geil, ein Full Guard, ein Full Guard, alter. Entschuldigung. Äh, Full Guards von Tickers Construct kann man nur in, äh, Villager davon finden. Die kann man nicht selber machen. Dann kann man den Säbel machen. Full Guards? Kennst du den nicht? Ja, schon. Bin der Meinung, ich hätte schon mal die Stanzform und das Cast dazu gesehen, also. Ja, ja, gesehen ist was anderes. Aber selber machen kannst du es nicht mit dem Stencil Table. Ach so, nee, stimmt. Und noch nicht. Noch nicht? Ach so, ach so, was mir eingefügt wird, meinst du? Ich weiß nicht, ob das eingefügt wird oder ob das einfach special bleibt. Hoch. Frame Drop, ja, okay, ich lasse hier gerade den Server, es gibt, Biome, generieren. Äh, wo war ich gerade? Microsoft PK, ähm, die haben, Assassin's Creed 4, äh, 4, sag ich schon. Das ist ja ein Prozent, 5. 5. Mit Unity. Das schaut richtig cool aus, muss ich sagen. Aber ich weiß auch. Ja, da hab ich von, von Maxi von, äh. High Five. Genau, von High Five habe ich da auch ein paar Ausschnitte gesehen. Was, du hast von Maxi von High Five für Ausschnitte gesehen? Da, 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 sorry, der muss die ausmachen. Der Bauarbeiter hat den KT, oder? Äh, Maxi ist ne Sie. Woll grad sagen. Oh. Warum, darum hat er ja so angedeutet. Nösch? Ja. Ähm. Ach Gott. Ja, tut mir leid. Ange Carden. Vor allem finde ich interessant den, äh, Vierspieler-Koop. Das könnte sehr interessant sein. Ja, das ist was Neues, ja. Ja. Bestimmt genauso interessant wie Evolve, das war aber auf einer anderen PK, glaube ich. Weiß ich überhaupt noch auf der PK? Ich weiß es gerade nicht mehr. Dieses, äh, von dem Machen von Left 4 Dead, ähm, vier, im Prinzip fünf Spiele. Einer ist das Monster, die anderen vier müssen das Monster fangen. Also töten. Fangen. Hört sich an wie Versteckspiel. Fang mich da, fang mich da. Ja, genau. Dachte ich mir, oh Gott. Option 1. Nein, warte. Das ist Option 1. Das ist Option 2. Und das ist Option 3. Was? Entscheidet doch. The Boden. Achso. The Boden. The Boden. Ich schmack, ob es schon drei. Das ist schlecht. Ja, das müsst ihr jetzt besser unterschauen. Müsst ihr mal aufs Video klicken. Ich bin ja nicht da. Ich suche Kürbisse. Irgendwo. Ich hätte eigentlich in dem Dorf bleiben sollen. Ich hätte mir das Dorf überhaupt markieren sollen. Scheiße. Ja, weil Emeralds, hallo? Ein Neues. Nein, nicht Moos. 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 Moos brauchen wir aber auch. Ja, gut. Für Repair-Dingens. Für Mossbau. Dachte du, du machst Strom. Ich mach keinen Strom. Lox macht Strom, dachte ich. Grrrr. Für dich hat er. Und Lox macht auch keinen Strom. Hm. Moment. Das ist eine Absprache. Müssten wir nochmal üben. Ich hab grad ein bisschen aufgefüllt. Okay. Das ist jetzt eigentlich ein Unterschied, ne? Oder? Oh Gott, dann lass ich's. Was für mich so ein persönliches Highlight war, war, ähm, die Sony-PK am Ende. War, war. War, war. Hä, das war, war? Egal. Ähm. Oh. Ähm. War das GTA 5 jetzt für den PC kommt? Ja. Das musste ja irgendwann kommen. Müsst nicht, Red Dead. Spricht mit Karten. Was? Red Dead kam auch nie auf dem PC. Noch nicht. Red Dead Redemption. Noch nicht, ja. Das sagt, sagt jeder. Noch nicht. Aber irgendwie. Karten will's immer noch. Hüte runterschießen. Richtig. Boom, ich hab's jetzt auf der PS3. Ja, das war ja auch der einzige Grund, warum du dir die PS3 geholt hast, glaube ich, oder? Das war ja diese Anfangsmotivation. Mit unter. Hüte runterschießen. Oh Mann. Kann man mir die Geschichte schon mal erzählt, eigentlich? Ich weiß nicht. Ich hab auf jeden Fall mich tot gefeiert. Ja. Weggefeiert. Karten war hier zu Besuch. Und wie Lox schon erzählt hat, hat er eine Xbox. Und zufällig auch das Spiel Red Dead Redemption. 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 Das war übrigens auch mein Grund, mir eine Xbox zu kaufen. Dieses Spiel. Okay. Auch wegen der Kinect, weil mit der Kinect auch ganz lustig ist. Aber im Grunde, die Grundmotivation war eben Red Dead Redemption. War noch nicht fertig. Auf jeden Fall war Karten hier zu Besuch. Spiel an. Und dann erstmal ein bisschen rumprobiert. Genau, ich hab's dir so ein bisschen gezeigt. Ja, hier kannst du reiten. Und dann hat er entdeckt, man kann Hüte runterschießen. Er ist tatsächlich in jede Stadt, jedes Dorf, keine Ahnung, er ist durch die Gegend geritten und hat erstmal überall sogar runtergesnipert. So geil. Das war so cool. Aber dann hat er irgendwann Poker entdeckt und hat dann im Spiel ein Spiel gespielt. Richtig. Och, Mausch. Fledermaus. 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 Ihr braucht Gene. Nein, wir können schon fliegen. Achso, ich hab's schon. Ihr könnt schon. Ihr könnt schon fliegen, toll. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Wir können schon fliegen, wusstest du ja schon. Okay, warte, warte. Ich hab den Schuss. Ach, cool. Ach, das ist ja auch cool. Das ist Option 3. Option 3 gefällt mir auch sehr gut. Option 2 ist das Gefleckte hier, was ich einfach too much finde. Ehrlich gesagt, mir gefällt Option 3 ganz gut. Dann fragen wir nicht, dann haben wir schon zwei gegen den Rest. Lox wird nicht gefragt. Ja, Lox hat eh keine Ahnung von Kunst oder wie war das? Das außerdem. Abgesehen davon. Kann man bei der Voxel-Map eigentlich irgendwie die Karte groß anzeigen lassen? Ne, oder? Da fragst du mich grad. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Ich wollte schon ganz sagen, das ist meine Spitzhacke gebrochen, aber das war. Warne das? Meine. Meine Schaufel war das. Achso. Mein Schaufel. Schade allerdings, dass Mikroforge, also diese Mikroblocks nicht mit den Schüsselblöcken funktionieren. Das wäre natürlich auch noch sehr, sehr, sehr geil. Schau mal, die Folge werden, fällt mir grad so auf. Hier sind wir 24 Minuten. Ein kleines Special wegen rumprobieren am Anfang und so. Richtig. Entschuldigung dafür und so. Keine Ahnung. War voll geplant. Pust. Haben wir also wieder gut gemacht. Natürlich. Dann sehen wir uns. Achso, das war der. Das nächste Mal wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.